die luvia bieten ordentlichen widerstand sie haben meine vorhutze vernichtet meine katapulte zerstört meine zwei seearmaden haben sie auch vernichtet doch nun habe ich mich etwas erholt werde versuchen sie zu überrennen aber das seht ihr nach dem intro was geht ab meine lieben freunde und ein herzliches willkommen zurück hier zu age of empires ja meine freunde wir haben uns zur aufgabe gemacht neues land für unser für unser land zu finden und das haben wir hier gefunden doch es wird anscheinend schon bewohnt deswegen haben wir uns einfach mal gedacht nehmen wir es ein und zerstören ist und deswegen habe ich mich jetzt hier und heute versammelt um meinen feind jetzt so langsam mal in die knie zu ziehen dafür sende ich jetzt gerade zwei armeen gerade zu den bedürfungsgebäuden ich weiß dass sie hier irgendwo wieder einen hafen gebaut haben nichts besonderes ich habe den schlussfeld der katapulte bewegung 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 beweg euch ich habe den waffen wieder gefunden super super auf so das ist natürlich mies dass hier die ganze ganze pulte stehen So. Aaaaahhhhhhh. Oh. Weck da. Ich hab doch schon was Neues wieder gebaut. ja schweine einfache schweine so ein katapulten mehr durch tatsächlich hin reißen lassen nicht, ob ich das nicht rausheißen werde gut so Oh, ja, 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 ja. Ist das gerade dein Ernst? Na doch, mach den kaputt. Kann ich sowieso nicht erläufen. Oh, der kann ihn jetzt angreifen. Gut. Hallo? Danke. Ähm. Warum machen wir das einmal anders? Einmal anders. Ähm. Oh, 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 oh. War kaputt. War kaputt. War kaputt. Ich weiß nicht, wie er hat. Schau euch das mal an. Wie viele Katapulte der hat. Ah. Das ist ja nicht mehr feierlich. Tut mir leid. Aber ich war noch irgendwie mit ihm gerade ... extrem das war gerade extrem viel das war nicht zerstört wo es könnten nur gut ja da sind die beiden die brauche ich kommen so bring du die erst mal dahin jetzt haben wir wieder einen Hafen gebaut ähm mal holen wir mal Holz so auch und gut und hohen hier. Nehmen wir mal eine schweren Kavallerie. Nehmen wir mal ein bisschen Holz. Nun reicht es mir. Nun reicht es mir ein bisschen. Aber auch nur ein bisschen. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da! Steigt mir in euch. So. Schöne Kavallerie hat schon ziemlich viel eingesteigt wegen der Katapulte. Wow. Oh, schon wieder Katapulte. Also. Greift das an. So. 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 ich auch noch und nicht gut das ist euer Ernst das wird ehrlich um das Holz kümmert haben auch toll Sammler Lagergrube einmal dahin die Name angreifen Zwei Regierungsgebäuge sind zerstört das letzte ist verdammt gut gesichert und das kotzt mich ehrlich gesagt etwas an aber auch nur ein bisschen so jetzt rein so 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 ich mach den Hafen danach kaputt so das die 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 Das ist gut. Du musst doch gar nicht versuchen Ja! Hallo So, ok Hat auch klappt So So Let's go Und dann mal ein bisschen Ich meine, ich gerne dauernd nur hier Und dann 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 Oh Hat auch schon einiges gebaut Äh, einiges Von Äh, Bewegung, Bewegung So, und jetzt Verlag schon Und dann 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 Wir hier Ach, es ist einfach kaputt. Ich würde mich aber nur bewegen müssen, oh Mann. Gut, dann machen wir das so. So, beide dahin, dass nichts mehr geht. Erstmal. Äh, der Fug. Baut mal. Baut mal eben deinen Hafen. Okay. Okay. Liege mal rein. Ich höre dir, wir werden wieder irgendwo angegriffen. Ich höre dir, wir werden wieder angegriffen. Tadim. Das heißt so, wir werden angegriffen. Kann ich doch schon wiederholen. Wenn wir nach vorne angegriffen können, dann passt das aus. Hier wird ein, was ich angegriffen kann. Chirka ab und 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 ab. etwas namens katapult die extrem nervig sind so dann machen wir das mal anders ich habe es noch ein paar tröerien So mein Kollege, jetzt ist aber mein Schloss mit Lustig hier. So, wir bauen ja immer noch unsere Armee weiter aus und mit schwerer Kavallerie. Vielleicht kommen wir jetzt endlich da mal durch. So, wir müssen ja nur das Regierungsgebud zerstören. Dann müssen wir uns ja nicht groß, äh, du sollst das nicht kaputt machen. Dankeschön. Ja, wie gesagt, vielleicht kommen wir ja da mit der schwere Kavallerie so durch. Dann können wir das zerstören. Weil das sind unsere primären Ziele. Und wenn das passiert ist, wird der Feind ja wohl aufgeben. Weil er irgendwie nix mehr zu regieren hat. Oder keinen Sitz mehr hat, wo er regeln könnte. Ja. Aber das werden wir, glaube ich, auch bald hinkriegen. Ähm, meine Nahrungsversorgung ist auch wieder voll am Start. Meine Fischerboote sind auch voll am Machen und Am Tun. Ähm, ich bräuchte eigentlich mal wieder ein paar Bauern, aber das klappt gerade nicht so, wie ich jetzt will. Ähm, gut. Ja, das kriegen wir ja wohl ein bisschen hin. So, da sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich tierisch darüber freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Und aktiviert die Glocke. Dann könnt ihr nichts mehr verpassen, denn ihr werdet immer benachrichtigt, wann ein Video von mir online kommt. Erf像 und ja. Empfiehlt mich weiter, teilt das video, und bis dahin sage ich tschüdelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele' hau da rein ich bin ein herz und bis dann